Das Kind ist zwei Jahre alt, versucht Dinge zu umgehen, zum Beispiel wenn Windel gewechselt werden soll vor dem Fertigmachen zur Kita, will sie erst etwas essen, ein Spielzeug aus dem Wohnzimmer holen etc. etc. Ich begegne ihr empathisch, geduldig, versuche es mit Humor oder Alternativen, aber sie lässt sich oft nicht darauf ein. Wir holen natürlich zum Beispiel das Spielzeug für mehr Leichtigkeit, doch wenn sie es hat, will sie wieder etwas anderes holen, machen, tun als sich fertig zu machen. Hast du eine konkrete Strategie, damit es sich für mich nicht immer wie über Reden und Bequatschen anfühlt und es ihr ebenfalls leichter fällt zu kooperieren und nicht immer wieder etwas Neues verlangt, um der bevorstehenden Sache aus dem Weg zu gehen? Na hören sie mal, ich glaube hier brauchst du mal ein bisschen elterliche Führung und ich glaube da schreit das Kind gerade auch nach. Also du erkennst schon, sie braucht Hilfe bei dem Übergang und hilfst ihn auch und dann, wir können ja nicht drei Stunden weitermachen. Und das hat so ein bisschen dieses Handeln statt Reden dann auch und Entscheidungen zu treffen und eben keine Angst zu haben von dieser eventuell entstehenden Frustration, die ja sein darf und die ich auch nachvollziehen kann, weil du ja in dem Moment ein Bedürfnis über das Bedürfnis nach Autonomie zum Beispiel oder Spiel und Spaß oder was auch immer da jetzt gerade am Start ist, drüber stülpst. Fände ich auch richtig scheiße. Würde ich auch sagen. Und doch kannst du Konsequenzen absehen, also wann ihr losgeht, wann die Windel gewechselt wird, je nachdem was da drin ist in der Windel, doch irgendwann geht es ja um Hygiene und auch um Gesundheit. Genau und wenn du weißt, sie braucht Hilfe bei den Übergängen, vielleicht da schon mal so ein bisschen proaktiv mit rein zu gehen. Wir gehen jetzt Windel wechseln. Ich sehe, du spielst gerade noch, also spielen wir das noch zu Ende und nehmen das mit. Und dann gebe ich die Leichtigkeit ja vor, also ich führe durch die Leichtigkeit und dann nehme ich sie und wir gehen. Wir hatten es schon mal in einem der Videos. Dann wird eine Frustration kommen, die wird begleitet, die darf gelernt werden. Nur wir kommen ja sonst von Höckskin auf Stöckskin. Wo führt denn das hin? Dann geht er gar nicht los zur Kita. Dann wird gar keine Windel mehr gewechselt. Und auch, wie du sagst, dieses Überreden und Bequatschen, das ist so, du verlierst auch komplett deine Führung und deine Sicherheit. Weißt nicht mehr, was du machen kannst, wirst unsicher. Das überträgt sich wieder aufs Kind. Und das ist dann so ein Kreislauf miteinander. Also erkenne, dass dein Kind Hilfe bei den Übergängen braucht. Gehe da proaktiv mit rein, nimm das Kind mit quasi, lade es ein und dann wird gegangen. Und habe keine Angst vor dieser Frustration. Die ist sogar wichtig, wenn die Kinder, stell dir mal vor, du machst all das, was das Kind möchte, wo auch immer das hinführt, also irgendwie zehn Stunden irgendwie Spielzeug essen, Spielzeug essen und ihr seid immer noch nicht beim Windel wechseln, verlierst du ja deine Fürsorge, also wenn es da jetzt um die Hygiene und die Sauberkeit geht. Und deine Bedürfnisse bleiben ja auch hinüber. Das heißt, du kannst irgendwann gar nicht mehr die Nerven behalten. Und wenn ihr den Eindruck habt, ihr kommt in so ein Überreden oder Bequatschen oder so ein Ablenken und so weiter. Und das Kind hat eigentlich die Führung, weil es immer wieder verlangt, wie du schreibst, in Anführungsstrichen. Also ich mache das, wenn, aber nur wenn. Triff eine Entscheidung, hab eine Klarheit. Nur hab gleichzeitig auch dein Kind im Blick. Und nicht einfach hingehen, zack, bumm, aus. Sondern begleiten, Übergänge gestalten, Entscheidungen treffen. Und dieses Frustration zu begleiten, das haben wir ja alle nicht gelernt. Erstens mal durften wir diese ganzen unangenehmen Gefühle gar nicht haben. Die waren sehr lästig. Erstens. Zweitens haben wir nie gelernt, dass sie okay sind. Und wir haben auch nie gelernt, damit umzugehen. Und jetzt wollen wir unseren Kindern sagen, dass alle Gefühle okay sind, haben gleichzeitig nur Angst vor diesen Gefühlen. Das ist irgendwie crazy. Deswegen guck, wie kannst du lernen, auch deine Gefühle anzunehmen. Und was kannst du tun, damit die Gefühle deines Kindes okay sind? Das ist Arbeit mit alten Glaubenssätzen. Dass alle Gefühle okay sind, das sagt sich so. Es sind dann wirklich alle Gefühle okay. Auch Zorn und Frust und Hass. Und Stolz ist auch so ein Gefühl, würde eher als positives Gefühl bezeichnet werden. Stolz ist ein Gefühl, das gefühlt werden darf. Nur viele von uns haben gelernt, dass man ist nicht stolz. Das gehört sich nicht. Stolz ist ein wirklich unglaublich schönes Gefühl, wenn du mal anfängst, das dir zu erlauben zu fühlen. Und so ist das eben auch mit diesen unangenehmen Gefühlen, wie Zorn, Hass, Wut, Frustration, Verzweiflung, Traurigkeit. Die dürfen sein. Und das ist unsere Verantwortung, den Kindern zu helfen, zu lernen, damit umzugehen, eine Gefühlstoleranz zu entwickeln, selber zu lernen, das zu regulieren. Und das lernt es halt nicht von heute auf morgen. Also die Kinder auch nicht und wir halt auch nicht mehr. Das heißt, wir haben zu tun mit alten Glaubenssätzen, mit innerer Kindarbeit. Da fangen wir an. Und gleichzeitig auch die Akzeptanz zu haben, dass unsere Kinder ganz viele Wiederholungen brauchen, um da im Prozess zu sein und das lernen zu dürfen. Und die lernen das natürlich und viel schneller, als wir das jetzt lernen. Da passiert dann auf einmal, dass deine Kinder einen größeren Gefühlswortschatz haben, als du jemals bisher hattest. Dass deine Kinder auf einmal Gefühle benennen können. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, glaube ich gerade. Fällt mir gerade auf. Also komm in die Führung. Handeln statt reden. Inklusive Empathie. Und das ist das, was vielen Kindern fehlt. Und das ist das, was viele Kinder brauchen. Denn diese Führung brauchen sie für ihre Sicherheit. Und Sicherheit brauchen sie sogar noch, bevor ihr Bedürfnis nach Liebe erfüllt wird. Und ja, und da helfe ich dir gerne bei, das zu erkennen und das zu lieben. Und ich würde gerne so lên. W까요? Und das ist das, was wir. Und das ist das, was ich. Und ich würde gerne bei mir schief.